In Israel hat man ein klares Bild vom Holocaust. Das sind die Gaskammer Auschwitz. Das ist das, was die Juden umgebracht hat. Man weiß darüber hinaus, dass es auch Fälle gab, wo Juden exekutiert wurden, erschossen wurden, auch in Massen. Aber das Bild, das die Leute vor Augen haben, ist das Bild der Gestapo-Leute, der SS in schwarzem Uniform, die Tatsache, dass reguläre Militärs und gar nicht reguläre Polizisten daran teilgenommen haben, ist eher unbekannt oder wenig bekannt. Das ist etwas nur für Spezialisten.